Hallo Thomas, grüß dich Merath. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, einige Fragen zu deinen Synchronarbeiten zu beantworten. Herzlich gern. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie wurdest du ein Grundschauspieler? Ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Meine Mutter war Schauspielerin und war dann lange Zeit nicht tätig, um mich großzuziehen. Hat dann wieder Theater gespielt und mein Vater war eben schon etabliert in Berlin als die Stimme Berlins, ein bisschen für die Berliner als Nachrichtensprecher von Rias Berlin. Und er hat eben auch sehr viel synchronisiert und hat mich da auch schon mit fünf Jahren, war ich glaube ich 1962 oder so, war ich glaube ich schon mal in einem Synchronstudio und habe mir das angesehen und habe diese ganze Atmosphäre so ungeheuer aufregend gefunden. Ich saß da immer wie, du kannst bloß nichts sagen, ganz leise sein, keine Störung und so. Und habe das mir alles angesehen und fand das ungeheuer faszinierend. Weil ist ja auch klar, Papa macht den Job, also interessiert das den Kleinen. Und ich habe mich dann, als meine Mutter Theater gespielt hat, da war ich dann 14 oder wie der Theater gespielt hat, war ich dann 14. Da war sie am Westfälischen Landestheater in Berlin und da bin ich mitgefahren und habe das Theater so von der Pika auf kennengelernt, hinter der Bühne alles mal gemacht bis zur Regieassistenz, also Requisite, Inspizienzbeleuchtung über einmal geholfen, um zu wissen, wie es geht. Und als ich dann wieder in Berlin war, habe ich die Schauspielschule besucht, da war das dann für mich klar, dass ich Schauspieler werde. Und da ich ja die Synchronisierung, die Synchronisation schon als Kind aufgesogen habe, war das natürlich für mich die erste Adresse, um anzufangen. Und ich bin dann da relativ schnell erfolgreich gewesen und dabei geblieben. Weil auch damals war es nicht so einfach mit Kommunikation und Daten, so wie heute mit dem Internet. Damals war es noch nicht so einfach, die einzelnen Firmen zu finden, wo man sich als junger Schauspieler gut vorstellt. Und insofern ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es war auch nicht so meine allererste Priorität. Ich habe das, was ich da gemacht habe, dann sehr sehr gern gemacht. Inwiefern hat sich dein Vater beeinflusst, Schauspieler zu werden? Eigentlich gar nicht, außer dass er ein Vorbild war für mich in sprecherischer Hinsicht. Ansonsten überhaupt nicht. Also meine Eltern haben mich nicht dazu gedrängt oder ermutigt, Schauspieler zu werden. Das hat sich bei mir einfach automatisch so entwickelt. War vielleicht auch meine Bestimmung. Jedenfalls ist es der Beruf, in dem ich mich am wohlsten fühle, glaube ich. Gibt es eigentlich Projekte von deinen Eltern, die dir ganz besonders persönlich gefallen? So irgendwelche Sachen in der Vergangenheit vielleicht? Du sagst, das mag ich selber. Na ja, also meine Mutter war in Gastrop-Rauxel, war das Westfälische Landestheater beheimatet. Überaus erfolgreich und hat, was ich also und Neuer faszinierend fand, permanent eiserne Vorhänge bekommen und war auch in der Presse grob gelobt. Ich bin 20 Jahre später noch mal hingefahren ans Theater und habe geguckt, ob es da alte Probenpläne gibt und sowas. Und da haben mir Leute von meiner Mutter erzählt, die sie persönlich gar nicht gekannt haben. Also das war schon faszinierend für mich. Da hat mich meine Mutter immer wieder beeindruckt mit ihren schauspielerischen Leistungen auf der Bühne. Ich habe da wirklich, ich glaube, so gut wie jede Vorstellung gesehen. Also ich kannte die Stücke irgendwann dann auch auswendig. Ich hätte jede Rolle sprechen können, spielen natürlich nicht, aber sprechen können. Habe das dann auch tatsächlich mal gemacht, als ein Schauspieler krank geworden ist, stand ich dann auf der Bühne als junger Kerl mit dem Buch in der Hand, natürlich offiziell, aber ich habe da nicht reingeguckt. Ich kannte das auswendig. Also das hat mich, das hat mich schon sehr motiviert auch. Und was meinen Vater angeht, er war, als er als Nachrichtensprecher gearbeitet hat, für mich nicht nur, sondern eben auch für die Kollegen eine Instanz. Man muss wissen, wenn man Nachrichten spricht im Rias, hat man fünf Minuten Nachrichten, dann hat man 55 Minuten Zeit. Und in dieser Zeit hat er nicht Kaffee getrunken, sondern er hat sich Bücher, Lexika und sowas geschnappt, alles was damals greifbar war, und hat recherchiert, was in seiner Nachrichtensendung vorkam, was er nicht unbedingt genau kannte. Und wusste alles hinterher. Also der konnte auch sämtliche Aussprache regeln, der gängigen Sprachen bis ins Japanische hinein, der konnte er vorbeten, der konnte einem genau sagen, wie was betont wird, warum und wieso. Und das fand ich schon toll. Er hat wirklich ein fundamentales Wissen gehabt, etwas, was leider den Sprechern heutzutage ein bisschen fehlt, weil sie legen mehr Wert auf die journalistischen Fähigkeiten, was ja auch in Ordnung ist. Aber ein bisschen wird halt die sprachliche Kultur vernachlässigt. Und das finde ich deswegen schade, weil die Jugend am Fernsehen das guckt und glaubt, das wäre richtig und dann natürlich eine falsche Bildung hat. Gut, es ist vielleicht nicht weltentscheidend sowas, aber es ist schon ein bisschen schade. Was hältst du von Plankton auf Spongebob Schwarmkopf und wie gefällt dir die Rolle an sich? Das ist so ein kleines Highlight. Also normalerweise ist Cartoon synchronisieren nicht unbedingt das, was du als Schauspieler als erstes machen möchtest. Du möchtest gerne einen Charakter, den du siehst, einen menschlichen. Aber diese Serie ist in sich so toll. Ich empfehle die auch immer wieder Bekannten, die Kinder haben. Meistens höre ich dann, ja, ja, gucken wir sowieso schon. Weil diese Serie so ungeheuer toll die Bedürfnisse von Kindern anspricht, die Neugier von Kindern befriedigt und die Fantasie anregt. Und das ist das Entscheidende. Also ich halte das für eine wirklich ganz, ganz großartige Serie für Kinder, um so ein bisschen das Leben so anzuschmecken ein bisschen. Weil es auch ungeheuer witzig ist und mit ungeheuer tollen Einfällen, dass die da in der Schachtel sitzen und sagen, es wäre die Fantasie, die Reiseschachtel oder so ähnlich. Und dann hören sie plötzlich, als sie merken, ah, Fantasie ist es, hören sie plötzlich auch all die Geräusche und wir hören die mit und dann verstehen wir, ah, Fantasie ist es, worum es geht. Und das haben die so anschaulich und so süß gemacht, dass eben auch die Rolle des Plankton, der ja der Bösewicht ist, was so durchgängig eigentlich immer so meine Richtung gewesen ist, die Bösen zu sprechen, was auch viel mehr Spaß macht als die Braven, der ist natürlich ein ganz, ganz tolles Vieh, was ungeheuer viel Spaß macht. Ich war gerade letzte Woche wieder im Studio für neue Aufnahmen und es ist eben auch faszinierend, dass das schon seit zwölf Jahren, glaube ich, läuft und sie immer noch neue Einfälle haben und immer noch was Tolles kommt. Also ich bin von der Rolle wirklich begeistert und es ist immer wieder, wenn ich ins Studio gehe, ich freue mich regelrecht darauf, diese Rolle dann zu machen. Es ist richtig schön. Also es ist ja schon ans Herz gewachsen, würde ich sagen. Ja, kann man sagen. Also gerade das auch, weil eben diese Aussage für die Kinder so toll ist, unterstütze ich das sowieso schon gerne und dann sowas mitmachen zu dürfen, ist einfach toll. Was gefällt dir am meisten, wenn du Thomas F. Wilson in Zurück in die Zukunft sprichst, also in der Trilogie? Was sehr viel Spaß gemacht hat, war einmal, dass es alles ein bisschen überzeichnet ist, dass es alles, dass man merkt, es ist nicht ernst, man merkt es einfach, man weiß es, ohne dass man nachdenken muss. Es ist einfach Spaß. Und was für mich faszinierend war, war Biff in dem zweiten Teil in zwei, beziehungsweise insgesamt in drei Altersstufen zu sprechen. Das war toll. Wir haben da sogar getrennt aufgenommen. Das heißt, an einem Tag habe ich den jungen Biff gesprochen und am anderen Tag den alten, damit wir da nicht in irgendwelche Schwulitäten kommen. Und das hat ganz viel Spaß gemacht. Das ist so eine Rolle wie Leon der Profi, wo ich Gary Oldman gesprochen habe, die mir wirklich ans Herz gewachsen ist. Also das sind so die Highlights schon. Das wäre dann mal eine dickste Frage. Was hat dir denn am meisten gefallen, als du Gary Oldman gesprochen hast, die paar Male, besonders bei Leon der Profi? Was mir besonders Spaß gemacht hat, da war die Arbeit selber. Der Kollege Michael Richter hat damals die Regie geführt und hat mir sehr viel Zeit und Gelegenheit gegeben, die Dinge zu proben. Wir haben also wirklich mit vielen Proben erst gearbeitet, bevor wir aufgenommen haben. Was wichtig war an den Stellen, wo er ein bisschen hektisch ist und ein bisschen schnappelt und so. Und es muss genau treffen und genau sitzen und es muss gleichzeitig auch noch das Gefühl haben. Also das war eine Herausforderung, die mir ungeheuer viel Spaß gemacht hat. Da bin ich wirklich am Abend schweißnass aus dem Studio gegangen und dachte, jetzt muss ich ihn erst mal hinlegen. Aber wenn ich mir das Ergebnis so ansehe, glaube ich, kann ich damit gut leben. Es ist wirklich, ich habe das Glück gehabt, ein paar Rollen sprechen zu dürfen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, zu spielen. Und wirklich meinen Beruf tief vom Inneren her auszuüben und dafür bin ich überaus dankbar. Warum sprichst du nicht mehr mit dem Gary? Das hat sich dadurch entwickelt, dass ich eine Krankheit mir eingehandelt habe durch einen Zahnarztfehler, bin ich Trigiminusschmerzpatient gewesen über zehn Jahre. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Das sind Schmerzen, die einen wirklich töten können. Und in der Zeit war ich natürlich nicht mehr so in der Lage zu arbeiten, weil ich eben auch während der Arbeit Schmerzanfälle bekommen habe und dann eine halbe, dreiviertel Stunde für das Studio das ganze Stillstand. Das ist natürlich alles nicht mehr arbeitstauglich dann. Und deswegen hat es sich einfach so ergeben, dass andere Leute meinen Platz eingenommen haben. Aber ich bin da nicht böse drum. Das ist völlig okay, die machen das auch gut. Das ist eine fair und sportliche Ansicht. Ja, und wir sind doch alles Kollegen. Wir hacken ja nicht, wir sind ja nicht die Krähen, die sich gegenseitig ein Auge aushacken, sondern ich gehe eher zu einem Kollegen hin und sage, Mensch, ich habe neulich dann eine Rolle gesehen von dir im Fernsehen, das ist super toll gemacht, weil es mir gefallen hat. Als dass ich hingehe und sage, ey, du sprichst doch schon wieder meine Rolle. Das ist so blöd. Du hast ja mal die Kurzfigur, die Kult-Horror-Figur Freddy Krueger gesprochen in Nightmare on Elm Street, der von 2010. Kannst du dich daran noch erinnern? Nicht so richtig. Es gibt so viele Rollen, die ich gesprochen habe, die interessant waren, weil es auch eben viele, viele Bösewichte waren. Und das ist nun mal viel reizvoller, als die Braven zu sprechen. Das ist einfach so. Nee, kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber es waren eben wirklich viele, viele Bösewichte insofern. Wenn ich so an... Ich glaube, da gab es mal einen Twilight, oder ich weiß es nicht mehr, wo ich jemanden gesprochen habe, der als Geist durch die Gegend... Und das durch die Gegend getötet, ich weiß es nicht mehr, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das sind halt so die Sachen, die eben einfach reizvoll sind, weil man nun in dem Fall keinen Menschen spricht, sondern man spricht das, was dieser Mensch darstellt. Das heißt, man muss also das Böse finden, man muss das Schräge finden und man muss es trotzdem noch so klingen lassen, dass es nicht aufgesetzt wirkt. Und dieser Balanceakt macht einfach unheimlich viel Spaß, weil das ist die Arbeit, die einen fordert, dass man immer wieder so austariert, wie weit kann ich gehen, ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen vorwärts, ein bisschen so. Und das sind faszinierende Sachen, aber die bleiben einem auch nicht immer im Kopf. Wenn ich das alles im Kopf hätte, dann, ich glaube, müsste ich so einen Schädel haben. So viel haben wir da schon gemacht. Das ist zu viel. Da komme ich zu einem guten Brückenschlag. Wie fandest du denn die Rolle von Larschert aus Die unendliche Geschichte 3? Das ist ja eine Rolle, wo man dich auch gesehen hat und auch sprechen gehört hat, auch in der deutschen Fassung, meine ich. Ja, ich habe es auch synchronisiert dann, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich eine Maske bekommen, die jeden Morgen sechs Stunden gedauert hat, vier Stunden gedauert hat, sie anzulegen mit einem Riesenkopf oben drauf und dann durfte ich mich nirgendwo irgendwie hinsetzen, wo es gefährlich werden konnte für die Maske, weil sonst der Drehtag gestorben wäre. Das hat einfach, ich konnte dazu zweimal nach London fahren, um diese Maske anzupassen und habe da Hansons Creature Shop kennengelernt und weil die haben die Masken gemacht und Gary Pollard, möchte ich hier mal lobend erwähnen, einer der ganz tollen Maskenbildner, der hat meine Maske gemacht und habe den da kennengelernt in London, hat mich da umsehen können, fand das faszinierend. Da saßen die alle an irgendwelchen kleinen, in einem riesengroßen Saal, an kleinen Tischen mit Werkzeug und Lupe und allem drum und dran und fummelten an kleinen Figürchen und Dingern rum und im Hintergrund lief Punkmusik und alle sahen aus wie Punks. Also das war irgendwie schon eine geile Atmosphäre. Und mal zu sehen, wo diese wahnsinnig tollen Masken hergestellt werden, Hansons Creature Shop ist ja nun die Marke dafür, das war schon faszinierend. Und die Dreharbeiten waren natürlich auch toll. Das Einzige war ein bisschen unangenehm. In der Mittagspause musste ich im Trailer essen, weil ich mich nicht irgendwo hinbewegen durfte, wo die Maske gefährdet war. Das war schon anstrengend. Aber es war eben eine tolle Arbeit, weil es eine Hollywood-Produktion war, bei der man einfach merkt, die wissen, wie es geht. Und das macht viel, viel Spaß. Also ist das auch so eine Erfahrung, die dir auch langfristig in Erinnerung bleibt und positiv ist? Das in jedem Fall natürlich, klar. Also es gibt auch noch andere Sachen, die mir langfristig in Erinnerung bleiben. Auch Sachen, die vielleicht nicht so bedeutend sind. Es kommt immer darauf an, dass es einen gewissen Kick hat, dass einem was im Kopf bleibt. Und da habe ich halt ein paar Sachen, und die mir wirklich sehr viel Freude gemacht haben. Das stimmt schon, ja. Kannst du dich noch an die Rolle von Garlick Junior aus Dragon Ball Z erinnern? Schon sehr alt. Ja, ja. Ja, ja, so ein bisschen. Aber das sind eben alles so Sachen, die kommen und die machen Spaß und die macht man. Aber es ist nicht so, dass mir da immer ungeheuer viele Sachen in Erinnerung bleiben. Ja, das stimmt. Das darf auch nicht sein. Das wäre auch Blödsinn. Also glaube ich nicht. Das ist nicht nötig. Hauptsache es macht Spaß, das zu machen. Und hinterher gucken die Leute es gern und haben Spaß dabei, das anzusehen. Das ist der Punkt, um den es geht. Letztendlich. Also ich bin jetzt auch in einem Alter, wo es nicht mehr darum geht, überall dabei zu sein. sondern vielleicht eher das Gelernte, das Erlebte Revue passieren lassen und sehen, was kann man damit für die Zukunft hinterlassen. In irgendeiner Form. Vielleicht jungen Leuten Starthilfe geben oder eben für Tiere was machen oder andere sozial engagierte Geschichten, die von jüngeren Leuten naturgemäß missachtet werden, weil sie eben nur mal ihr eigenes Leben haben. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für sowas und freue mich da sehr drüber. Wie siehst du den Stand der deutschen Synchronfranche? Kritisch. Es ist so, dass die Synchronfirmen sich über die Jahre es etwas aus der Hand haben, nehmen lassen, wie ein Film synchronisiert wird. Das heißt, heutzutage wird entschieden, wer das Buch macht. Dann wird das Buch noch redigiert. Der Regisseur wird ausgesucht, die Besetzung wird ausgesucht, aber alles nicht mehr von der Firma, sondern von den Supervisern und den Auftraggebern. Das hat sich dadurch entwickelt, dass es sehr schwierig ist, für Synchronen Leute auszubilden, weil es dafür keine spezielle Schule gab in den 80er, 90er Jahren. Und es sind halt Leute nachgewachsen, die sich aus den Reihen der Sprecher rekrutiert haben, auch für Buch und Regie. Und da ist nicht jeder begabt genug gewesen. Und deswegen haben, glaube ich, auch die Auftraggeber gesagt, wir wollen das mal lieber selbst in die Hand nehmen. Was ein bisschen schade ist, wenn ich so an die 70er, 80er denke, da hat die Firma entschieden, wer das Buch macht, wie das Ganze funktioniert. Da gab es auch niemanden, der den Text großartig redigiert hat. Es wurde mal eingeschaut, ob das in Ordnung ist, aber eigentlich hat man den Leuten vertraut, die das können. Und das war eben auch so, dass damals die Leute, die ein Buch geschrieben haben, Dramaturgen vom Theater waren, die Regisseure waren, Regisseure waren Theaterregisseure und die meisten Schauspieler im Studio haben abends auf der Bühne gestanden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist sehr getrennt vom eigentlichen Schauspielerberuf. Es ist eine eigenständige Branche gewesen, in der man es eine lange Zeit versäumt hat, Nachwuchs auszubilden. Und aus dem Grund gibt es auch heute so viele Synchronisationen, bei denen man, sage ich mal ganz offen, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich fragt, wer das dann gemacht hat. Weil es ein bisschen lieblos ist, teilweise auch nicht deutsch, von Synchronität ganz zu schweigen. Und das ist schon schade, dass das ein bisschen vernachlässigt worden ist. Und ich denke mal, es ist an der Zeit, um Synchron überhaupt zu erhalten für Deutschland, dass man wirklich wieder darauf achtet, mit alten Werten so etwas zu bearbeiten. Das heißt auch wirklich, die Sprache so zu behandeln, wie sie es verdient. und das bedeutet eben genau, die richtigen Formulierungen zu verwenden. Es sollte synchron aussehen, nach Möglichkeit, ist aber nicht wichtig, weil der Satz, der richtig ist, ist besser als der Satz, der gut aussieht. Im Deutschen ist es einfach, läuft es durch, wenn man im Deutschen einen Hacker hat, dann kann es noch so schön aussehen, man kommt raus, das ist einfach nicht gut. Ich denke mal, das wird sich mit den nächsten Jahren ein bisschen ändern alles, weil jetzt sich das auch eingegroovt hat. Viele Sachen sind produziert, ein gewisses Tempo an Arbeit ist erreicht und man groovt sich vielleicht jetzt ein bisschen so ein, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr auf die Dinge achten, die noch wichtiger sind. Terminierung und all dieses und schnell, schnell haben wir hinter uns, jetzt machen wir es mal wieder ein bisschen anders. Ich warte drauf, ich hoffe, dass es kommt. Wer sind deine Vorbilder? Die haben sich über die Jahre geändert. Also im Frühjahr waren es berufliche Vorbilder. Dazu gehört aber auch schon meine Mutter, weil das für mich, die war sowas von begnadet und ich habe da so fasziniert zugesehen. Das war ein Vorbild für mich in beruflicher Hinsicht. Heute sind meine Vorbilder eher in soziopolitischer Hinsicht. Also Dalai Lama zum Beispiel ist für mich jemand, der ein Vorbild ist. Ich glaube, sonst habe ich keine Vorbilder mehr. Ich habe mich mittlerweile dazu entwickelt, dass ich glaube, meine Vorbilder erreicht zu haben in dem Sinn, dass ich von ihnen jetzt nichts mehr lernen kann, ob ich es umsetzen kann oder nicht. Das ist meine Sache. Aber ich versuche mich jetzt an dem zu orientieren, was ich über das Leben gelernt habe. Hast du deine Lieblingsfilme? Ja, ich habe viele Lieblingsfilme. Zum Beispiel Die wunderbare Welt der Amelie zum Beispiel. Also diese Fantasiefilme, die mit viel Liebe und Blick fürs Detail gemacht sind, wo man merkt, da hat jemand was auf dem Herzen gehabt. Und da muss ich jetzt glaube ich keine Filmtitel nennen. Es sind all diese Filme, bei denen man fünf Minuten zuguckt und sagt, ach, das ist aber schön. Ohne zu wissen warum. Und weiter guckt. Das sind meine Lieblingsfilme. Hast du auch eine Lieblingsfilm, die du synchronisiert hast? Oder eine Lieblingsserie? Meine erste Serie war natürlich so ein bisschen mein Highlight. Das war Trio mit vier Fäusten. Aber es gab ja noch einige andere Dienste in Vietnam oder Ken Warhol habe ich gesprochen in einer anderen Serie. Fällt mir jetzt alles nicht mehr so ein. Da waren schon schöne Sachen dabei. Aber eine Serie ist immer auch was anderes als ein Spielfilm. Es hat andere Voraussetzungen, es hat andere Anforderungen und es hat eine andere Erfüllung. Ein Spielfilm ist mir durchaus lieber, weil mir eine Geschichte erzählt wird, die ein Anfang und ein Ende hat in einer überschaubaren Zeit. Serien gucke ich seltener und wenn ich sie spreche, sind sie halt dann nicht mehr so herausfordernd, weil man weiß, was man tut. Es ist eigentlich nur noch das Arbeiten. Immer wenn was neu ist und wenn was kurz ist, dann ist es faszinierend und dann erfüllt es einen am meisten. Was unternimmst du in deiner Freizeit? Ich spiele ein bisschen Schlagzeug. Ich habe früher Bühnenlichtgestaltung gemacht, das ist leider in Vergessenheit geraten. Ansonsten beschäftige ich mich viel mit meinen Katzen und mit Freunden und informiere mich halt auch sehr im Internet über Dinge, die mir wichtig sind, was Tierschutz und ähnliches angeht. Ansonsten habe ich keine Hobbys in dem Sinne, die mich irgendwie täglich oder wöchentlich beschäftigen. dafür kommt jede Woche was Neues. Ich mache immer wieder was anderes und das ist, ob ich nächste Woche vielleicht einen Fallschirmsprung mache oder nicht, weiß ich heute nicht und das nicht zu wissen, das ist mir das liebste Leben. Ich will nicht unbedingt wissen, was morgen kommt. Ich will auch keine Pläne haben. Ich will sehen, was der Tag bringt und dementsprechend und möglichst abends ins Bett gehen und sagen, war ein schöner Tag. Hast du einen Tipp für den aufstrebenden Nachwuchs Richtung Schauspiel? Ich glaube, den einzigen Tipp, den man da geben kann, ist, dass derjenige, der diesen Beruf ergreift, sich absolut sicher sein sollte, dass es für ihn das Ding ist überhaupt und nicht aus Gründen, die mit dem Beruf nichts zu tun haben. Nicht aus Geltungssucht oder aus Spieltrieb, sondern es muss schon vom Herzen kommen. Wenn es nicht vom Herzen kommt, es gibt zu viele arbeitslose Schauspieler. Davon sind viele keine Schauspieler, die nur glauben, sie wären welche, weil sie das so faszinierend finden, aber nicht vom Herzen her leben und das ist der Punkt. Wenn man das nicht vom Herzen her lebt, dann wird man in dem Beruf nicht erfolgreich. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss es absolut wollen und nichts anderes auf der Welt. Dann sollte man diesen Beruf ergreifen, sonst nicht. Möchtest du zum Abschluss deinen Fans etwas mitteilen? Ich glaube, das Beste, was ich sagen kann, ist, habt Spaß. Dankeschön, Thomas. Gern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020